Was wurde aus den Stars der Fernsehserie Klimbim? Die wichtigsten Produktionsdaten finden wir wieder bei fernsehserien.de. Klimbim wurde von 1973 bis 1979 produziert. Es gab insgesamt 30 Folgen in 5 Staffeln. Und die deutsche Erstausstrahlung erfolgte am 24. Juli 1973 in der ARD. Außerdem gab es zwei Spin-Offs, die Gimmicks und zwei himmlische Töchter. Die Gimmicks wurden 1978 produziert. Es gibt 6 Folgen und die deutsche Erstausstrahlung erfolgte am 11. Februar 1978 in der ARD, das heißt also zur Karnevalszeit. Mit die Gimmicks bereicherte Michael Pfleka, der geistige Vater von Klimbim, die deutsche Fernsehlandschaft um ein weiteres, mehr karnevaleskes, denn feinsinniges Format. Krimassenschneiden und Tortenschlachten zählten zu den festen Bestandteilen dieser wenig subtilen Nummernrevue, bei der unter anderem Peer Augustinski und der damalige Fernsehneuling Werner Schulze-Erdl zur festen Besetzung gehörten. Auch der zweite Ableger mit dem Titel »Zwei himmlische Töchter« stammt aus dem Jahr 1978. Es wurden 6 Folgen produziert und die deutsche Erstausstrahlung erfolgte am 11. Februar 1978 in der ARD. Neben Iris Berben und Ingrid Steger sind noch Klaus Dahlen und Heinz Schubert sowie Dieter Hildebrandt zu sehen. Doch zurück zu Klimbim. Hier finden wir auf Wikipedia noch weitere Informationen. Klimbim ist der Titel einer der ersten deutschen Comedy-Fernsehserien. Der Titel leitet sich vom umgangssprachlichen Ausdruck für unnützes Beiwerk oder Getue ab. Im Stil einer Nummernrevue wurden auf der Bühne gespielte Sketche, Einspielerfilme und Gastauftritte von national und international bekannten Stars sowie Episoden aus dem absurden Leben der Klimbim-Familie gezeigt. Die Idee zu der Serie stammte von Hans-Joachim Hüttenrauch und Michael Pfleka, der auch Regie führte. Die Folgen wurden in den Studios des Westdeutschen Rundfunks als Co-Produktion mit der Firma CBM realisiert. Das grundlegende Konzept von Klimbim basierte auf dem amerikanischen Format Rowan & Martins Love In. Einige Elemente wurden übernommen, wie etwa die Wand mit vielen Fenstern, aus denen Witze erzählt wurden. Andere Elemente gingen über das ursprüngliche Konzept hinaus. So wurde die Anlage als Nummernrevue ergänzt durch Elemente einer Sitcom. In jeder Folge wurden mehrere Episoden aus dem absurden Leben der Klimbim-Familie gezeigt. Die Stamm-Schauspieler der Truppe spielten das Gegenteil dessen, was man sich seinerzeit unter einer idealen Familie vorstellte. Einen kriegsvernarrten Großvater, die vollkommen verantwortungslose Mutter Jolante, die nur an ihr eigenes Vergnügen denkt, einen arbeitsscheuen Playboy als ihren Liebhaber hat und die unzähmbare Tochter Gabi, die sich ein Skorpion namens Charlie als Haustier hält. Ein Running Gag war der Großvater, der sich über ein hartes Frühstücksei beschwert. Die einzige noch lebende Schauspielerin aus der Stammbesetzung von Klimbim ist Ingrid Steger. Über sie finde ich auf Wikipedia, dass sie am 1. April 1947 als Ingrid Anita Stengert in Berlin auf die Welt kam. Ingrid Steger wurde als drittes Kind einer Kaufmannsfamilie geboren. Sie besuchte zunächst die Handelsschule in Berlin und arbeitete dann als Sekretärin in einem Architekturbüro. Der Fotograf Frank Quade machte sie zum Fotomodell. 1968 legte sie sich den Künstlernamen Steger zu. In Berlin wurde sie zur Miss Film Festival gekürt. Zu Beginn ihrer schauspielerischen Laufbahn wurde sie meist als freizügige Soft-Sex-Darstellerin und Ulknudel besetzt. Bundesweite Popularität erlangte sie durch die Fernsehserie Klimbim. Die Serie lief bis 1979. In den 70er Jahren gehörte Steger zu den beliebtesten deutschen Fernsehstars. Die Hersteller der Marken Rolo und Old Spice erkannten ihr hohes Werbepotenzial und engagierten sie deshalb als Werbegesicht ihrer Produkte. Damit war sie einer der ersten weiblichen deutschen Stars, die für Markenprodukte warben. Der Wechsel ins seriöse Fach gelang er unter anderem 1992 mit der Rolle als Mona in dem Fernsehvierteiler der Große Bellheim von Dieter Wedel. Nach Jahren ohne nennenswerte Engagements und nach dem Ende der Theateraufführung der Klimbim-Familie, Bedingt durch den Tod von Elisabeth Volkmann im Jahr 2006 sowie Horst Jürssen im Jahr 2008 und einem Schlaganfall von Peer Augustinski, war Ingrid Steger schließlich auf Arbeitslosengeld II angewiesen. Die Filmografie von Ingrid Steger beginnt 1966 mit dem Film Karriere und ist bis in die 70er Jahre hinein sehr mit Filmen gekennzeichnet, mit denen man später, wenn man als Schauspielerin erfolgreich ist, nichts mehr zu tun haben möchte. Aber 1973 kommt der erste Auftritt im Kommissar, das Komplott. Etwas später, denn auch 1975 im Derrick. Und erst in den 80er Jahren wird es etwas seriöser mit Wilder Westen inklusive der Große Bellheim, Familie Heinz Becker, das Grotstadtrevier oder auch Rosamunde Pilcher, ein Fall für zwei 1999 oder Klinikum Berlin-Mitte oder auch Edel und Stark 2004 und es endete 2006 mit dem bezeichnenden Titel Goldene Zeiten. Die zweite Schauspielerin in der Stammbesetzung von Klimbim war Elisabeth Volkmann. Sie erhielt auf steffilein.de eine eigene Seite, was nicht jeder Schauspielerin zuteil wird. Sie wurde am 16. März 1936 in Essen geboren und wuchs im Ruhrgebiet auf. Sie selbst gab aber als Geburtsjahr immer 1942 an. Bevor sie zu einer populären Darstellerin bei Film und Fernsehen avancierte, hatte sie zunächst einen ganz anderen Weg eingeschlagen und sich trotz der Bedenken ihrer Eltern an der Essener Volkwangsschule zur Sopranistin ausbilden lassen. Erste Leinwandauftritte hatte die rothaarige Schöne seit Anfang der 60er Jahre mit kleinen Nebenrollen. In Filmen immer »Wenn es Nacht wird« 1961, »Zur Sache, Schätzchen« 1968 oder »Engelchen mach weiter«, in den 70ern folgten Auftritte in Erotikstreifen wie »Josephine Mutzenbacher« und so weiter. Also alles halt Filme, mit denen man später als erfolgreiche Schauspielerin nichts mehr zu tun haben möchte. Auch für sie kam mit Klimbim der große Durchbruch, aber sie konnte mit anspruchsvollen Film- und Fernseharbeiten beweisen, dass sie durchaus mehr zu bieten hatte als offenherzige Mieder. Rainer Werner Fassbinder besetzte sie in »Lillie Marleen« 1981 und im gleichen Jahr noch in »Lola« sowie 1982 in »Die Sehnsucht« der Veronika Voss. Doch der frühe Tod Fassbinders bedeutete für sie das Aus, sich als ernsthafte Charakterdarstellerin profilieren zu können. So blieb sie weiterhin auf das Unterhaltungskino begrenzt. Für Walter Bockmeyers Musical »Gaia Valli« zum Beispiel »1988« stand sie ebenso vor der Kamera wie für H.P. Kerkelings Komödie »Kein Pardon« 1992, wo sie mit Witz und Charme »Die Mutter Schlönske« mimte. Für das Fernsehen übernahm sie beispielsweise Rollen in unterhaltsamen Stücken wie »Die Katze lässt das Mausen nicht« 1983, »Mrs. Harris fährt nach Monte Carlo« 1989 oder »Zwiebeln und Butterplätzchen« 1990. Neben Auftritten in so beliebten Krimireihen wie »Derrick der Alte«, »Großstadtrevier« oder »Die Rettungsflieger« sah man sie in Serien wie »Schloss Pompon Rouge« 1991, »Lili Lottofee« 1992, »Ohne Mama geht es nicht« 1997 oder »Die Rote Meile« im Jahr 1999. Am Abend des 27. Juli 2006 wurde Volkmann von der Polizei tot in ihrer Dachwohnung in der Nähe des Münchner Stachus aufgefunden. Die Polizei wurde von einer Bekannten, einer Reporterin, einer Illustrierten alarmiert, die seit mehreren Tagen nichts mehr von Elisabeth Volkmann gehört hatte. Etwa eine Woche nach ihrem Tod wurde ihre Urne auf dem Gräberfeld 421 des Waldfriedhofes in München anonym beigesetzt. Der genaue Todeszeitpunkt konnte nicht mehr festgestellt werden. Ihre Filmografie »Aufgeteilt im Kino« beginnt 1960 »Eine Frau fürs ganze Leben« und ändert im Jahr 2002 mit »Planet B« »The Ant-Man«. Im Fernsehen beginnt die Auswahl natürlich bei »Klimbim« 1973 bis 1979 und endet 2006 in aller Freundschaft. Wichtig ist bei ihr noch zu wissen, dass sie bei den Simpsons die Stimme von Marge Simpson war. Nach ihrem Tod wurde diese Synchronrolle von Anke Engelke übernommen. Wir kommen damit zu den Schauspielern der Stammbesetzung von Klimbim und damit zu Horst Jürsten, dem ebenfalls die Ehre zuteil wurde, dass er auf steffilein.de eine eigene Seite bekam. Horst Jürsten wurde am 10. Januar 1941 im nordrhein-westfälischen Recklinghausen geboren. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er im norddeutschen Husum. Nach der Schule bzw. dem Wirtschaftsabitur absolvierte Jürsten zunächst eine Lehre bei einer Bank, entschied sich dann aber für den Beruf des Schauspielers und ließ sich ab 1962 in Berlin entsprechend ausbilden. Bereits ein Jahr später wurde er von Erwin Piskator an die Freie Volksbühne engagiert, wo er zwei Jahre lang zum Ensemble gehörte. Sein 1965 gegründetes Berliner Tourneetheater musste Jürsten bereits nach 17 Vorstellungen wieder schließen. 1967 kam er dann als Kabarettist an das Stuttgarter Renitenztheater. Engagements an verschiedenen Schauspielhäusern in Berlin und Hamburg schlossen sich an, bis in 1969 Samit Rechsel, der Mitbegründer der Münchner Lach- und Schießgesellschaft, zu dem berühmten Kabarett holte, wo Jürsten an der Seite von Dieter Hildebrandt, Klaus Hafenstein, Jürgen Scheller und Ursula Noack durch Fernsehaufzeichnungen nun auch rasch bundesweit bekannt wurde. Bis zur Auflösung der legendären Besetzung im Jahre 1972 gehörte Jürsten zum Team der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Von 1976 bis 1977 verkörperte er in der RAD-Klamauk-Serie Klimbim den Arbeitsscheuenliebhaber Adola von Scheußlich. 1990 spielte er in der Comedy-Serie Die lieben Verwandten eine Hauptrolle. Ab Mai 2004 ging er mit dem alten Klimbim-Ensemble, mit dem von ihm geschriebenen Stück Die Klimbim-Familie lebt, auf Gastspielreise, bei der 320 Vorstellungen gegeben wurden. Jürsten hatte Gastauftritt in vielen Fernsehserien, unter anderem bei Derrick, Mordkommission und Florida Lady. Ab 2001 trat Jürsten als Preuße vom Dienst zweimal jährlich mit dem Chiemgauer Volkstheater in Fernsehaufzeichnungen des Bayerischen Rundfunks auf. Jürsten war Träger des Adolf-Grimme-Preises und trat außerdem auch als Buchautor in Erscheinung. Im Februar 2007 erschien sein dritter Roman, Josef Satan. Für sein Kindertheaterstück Kaspar und der Löwe Poldi erhielt er den Brüder-Krimpreis des Landes Berlin. Aus Gerhard Hauptmanns Novelle Wanda machte er eine Bühnenfassung und bearbeitete Stücke von Shakespeare, Molière und Ben Johnson. Jürsten war ab 1979 mit der Schlagersängerin Lena Valaitis verheiratet und hatte mit ihr einen Sohn. Er lebte zuletzt in München. Seit Ende 2007 lädt Jürsten, der 45 Jahre lang ein starker Raucher war, an Lungenkrebs, dem er am 10. November 2008 erlag. Auch Peer Augustinski erhielt auf dem Filmportal steffilein.de eine eigene Seite. Er wurde am 25. Juni 1940 als Sohn eines Konzertmeisters und einer Cellistin in Berlin geboren und verbrachte seine Kindheit in Mecklenburg-Vorpommern. Schon als Achtjähriger erhielt er Klavierunterricht und begann 1954 noch während der Schulzeit ein Musikstudium im bremdenburgischen Neustrelitz. Drei Jahre später siedelte er mit seiner Familie in die Bundesrepublik über, beendete dort die Schule und entschied sich dann für den Beruf des Schauspielers. Ab 1961 besuchte er drei Jahre lang die renommierte Max-Reinhard-Schauspiel-Schule in Berlin. Anschließend erhielt er ein Engagement am Fränkischen Theater Schloss Massbach, wo er bis 1966 auf der Bühne stand. Am 5. November 2005 erlitt Augustinski während einer Produktion für ein Hörbuch einen Schlaganfall. Seitdem war er pflegebedürftig und halbseitig gelähmt. Diesen Schicksalsschlag beschrieb er in einem Buch. Im Rahmen mehrerer öffentlicher Auftritte in Sendungen, wie zum Beispiel Johannes B. Kerner, berichtete Augustinski über die Folgen seiner Erkrankung und seine Genesungsfortschritte. 2007 übernahm er in Der Klang des Herzens wieder die Synchronisation von Robin Williams, nachdem er in Lizenz zum Heiraten noch von Bodo Wolf ersetzt werden musste. Im Juni 2008 trat er in Köln erstmals wieder bei einer Lesung auf. 2010 erschien sein Buch aus heiterem Himmel, Mein bewegtes Leben vor und nach dem Schlaganfall. Am 3. Oktober 2014 starb er keine zwei Monate nach dem Tod von Robin Williams im Alter von 74 Jahren in einem Kölner Krankenhaus, nachdem er nach einem epileptischen Anfall immer schwächer geworden war. Er lebte zuletzt in Oferrad im Bergischen Land bei Köln. Seine Filmografie beginnt 1976 bei Klim Bim, enthält 1980 Nirgendwo ist Böhnichen, 1983 Unsere schönsten Jahre, ebenfalls 1983 Der Fahnder, 1984 Derrick, 1986 Ich heirate eine Familie, 1991 Comedy Club Folge 22, 1992 2 Schlitzohren in Natalia und ganz zum Schluss 1999 Tatort mit der Folge Strafstoß. Noch beeindruckender ist seine Auswahl an Synchronisationen, zum Beispiel für Barry Humphreys, Darley Moore, Jean Reno und dann eine ewig lange Liste bei Robin Williams, Der Club der Toten Dichter, Cadillac Man, Mrs. Doubtfire, Jumanji, Patch Adams und so weiter und so fort. Bei Filmen noch die letzte Offensive, The King of Comedy, Waterworld, Toy Story, Dr. Doolittle und bei den Serien sogar noch Detektiv Rockford, Anruf genügt. Wir kommen damit zum letzten, noch lebenden Schauspieler aus der Stammbesetzung von Klimbim, nämlich Richard von Roel. Er wurde am 20. April 1937 in Schwochow im Landkreis Pöritz geboren. Er wuchs in Kolberg auf. Nach der Schulausbildung verbrachte er sechs Jahre bei der Handelsschifffahrt und arbeitete zwei Jahre als Beleuchter am Bayerischen Staatsschauspiel in München. Nach seiner Schauspielausbildung erhielt er Theaterengagements in Tübingen und Augsburg. Seit 1971 arbeitete er als freischaffender Schauspieler für Theater, Film, Fernsehen und Hörfunk. Seine bekannteste Fernsehrolle war die des militanten Opas in der WDR-Comedy-Serie Klimbim. Von 1989 bis 1999 moderierte er die Sketch-Serie Kanal Fatal im bayerischen Fernsehen. Zwischen 1989 und 1998 und wieder 2017 hatte er eine Nebenrolle in der Fernsehserie Lindenstraße im Ersten. 2004 wirkte er im Film Crazy Race 2 Warum die Mauer wirklich fiel als Klimbim-Opa mit. Von November 2010 bis April 2011 war von Ruel in der Telenovela Alena Liebe meines Lebens des ZDF in der Hauptrolle des Fritz Schubert zu sehen. In der Anfang März 2014 ausgestrahlten Folge Wilsberg Mundtot übernahm er eine Nebenrolle. Er lebt heute in Recklinghausen. T-Online führte zu Beginn des Jahres 2019 ein Interview mit Wichard von Ruel durch. Hier einige der Fragen und Antworten aus diesem Interview. Sie spielten den kriegsvernahnten Großvater. Hatten Sie damals eigentlich gezögert, das Angebot anzunehmen, als Ihnen die Rolle 1973 angeboten wurde? Nein, wir fünf, Ingrid Steger, Elisabeth Volkmann, Horst Jüssen, Pierre Augustinski und ich waren unbekannte Schauspieler. Wenn man dann von einem Regisseur wie Michael Pschleka, der schon in Amerika gearbeitet hat, so ein Angebot bekommt, da leckt man sich die Finger danach. Das war großartig, obwohl wir gar nicht wussten, was uns eigentlich inhaltlich erwartet, aber wir hatten ja damals auch nichts zu verlieren. Sie haben den Militanten Klimbim-Opa Benedikt sehr authentisch gespielt. Mein Vater war Berufsoffizier im Zweiten Weltkrieg, er war kein Nazi. Wir kommen aus Pommern, sind geflohen, als ich sieben Jahre alt war. Ich habe ihn früher zu Veranstaltungen begleitet, auf denen sich alte Soldaten trafen. Das hatte ich wohl verinnerlicht und das war auch das, was ich damals bei Klimbim gespielt hatte. Das war eine großartige Sache für mich, mein Vater hingegen hat das völlig in den falschen Hals gekriegt. Wieso? Was hat ihr Vater damals zu der Rolle gesagt? Was Soldaten im Krieg erlebt haben, kriegen sie nicht mehr aus dem Kopf. Sie verlieren ihren Humor. Da ist der Humor für so etwas wie Klimbim einfach nicht mehr da. Mein Vater fand, dass der Beruf des Soldaten durch die Rolle verunglimpft wurde. Er hatte die Sendung nur einmal gesehen. Danach hat mein Vater zwei Jahre lang nicht mehr mit mir gesprochen. Das fand ich sehr schade. Erst durch mein Dazutun konnten wir wieder miteinander reden. Ich habe ihn gefragt, ob wir nicht mal wieder essen gehen wollen, damit wir uns wieder in die Augen gucken können. Da ist er mir dann entgegengekommen. Und sie? Was hat ihnen die Rolle bedeutet? Klimbim war für mich ein Segen. Der Opa hatte aber auch immer wahnsinnig große Textpartien. Inhaltlich waren die wirklich ein Schmarrn, ein ziemlicher Unsinn. Mit den Texten kam ich an meine Grenzen. Ich habe mir nachts alle zwei Stunden den Wecker gestellt, damit ich sie auch wirklich in den Kopf bekomme. Das ist eine Ich habe ihn wir sehen uns wir sehen, Vielen Dank.